Musik Kilian und Chantal treffen sich im Kinder- und Jugendhaus Halle und werden Freunde. Wenig später ziehen Kilian und seine Eltern aus Halle weg. Musik Es geht nach Berlin. Ihre Freundschaft halten sie durch einen innigen Briefkontakt aufrecht. In den fünf Jahren ist sehr, sehr viel passiert. Beide sind erwachsen und Kilian besucht seine Jugendliebe Chantal. Musik Ein halbes Jahr später erwartet Chantal von Kilian ein Kind. Auf dem Marktplatz von Halle bricht die werdende Mutter zusammen und wird in das nahegelegene Elisabeth-Rankenhaus gebracht. Leider konnten die Ärzte nichts mehr für sie tun. Aus Verzweiflung und Trauer nahm sich Kilian das Leben. Musik 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 Untertitelung. BR 2018